Es geht weiter mit Yoshi. Hallolöchen Leute. Ja, wir sind jetzt hier in der sechsten Welt und wir werden wieder mal von diesem Scheißding getroffen. Lasst mich in Ruhe. Nee. Wir wollen weiter. Geheimnis. Leben. Warte mal, nochmal. Ich komme mit da. Ja, ich komme rauf. Cool. So, weiter. Oh. Na, das ist nochmal gemein hier, das Level. Na klar. Ja. Cool, geschafft. Das erste Level haben wir von Yoshi Welt 6 geschafft. Cool. 72 Punkte schon mal. Das ist doch schon mal gut. Welt 2. Bluthöhle. Aha. So, sieht das schon mal. Ach, die die immer mal wieder. Geh weg. Ha, 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 ha. Nicht mit mir. Eigentlich müsste er sich volle Kanäle diese Zunge verbrinnen. Tut aber irgendwie nicht. Warte mal. Oh, da ist auch wer da. Geh weg, mein Kind Und, scheiße Ein Ei habe ich noch, gut Die wollen mir immer meinen Baby klauen Aber klar Dann kam er mir abgeworfen Ui, Yoshi Ich will doch kein Scheiß hier machen Yeah, noch erwischt Das ist mein Punkt Cool Das ist mein Punkt Das ist mein Punkt Das ist mein Punkt Ich habe ihn Oh Mann Zack 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 Vergiss es Was Was Das wir hier nicht nochmal sehen Das ist mein Punkt Das ist mein Punkt Super Yeah, cool Yeah, cool Und, was Ich habe ihn über 73 Cool Sehr schön. Was ist das denn? Balken-Twist. Aha. Hm. Oh. Das gefällt mir gar nicht. Oh oh. Fehler. Woi. Oh, hier muss ich mich ein bisschen konzentrieren. Äh, dreh dich drauf, dreh dich. Ja gut, drauf. Ah ja. Oh nein. War doch klar. War doch klar, dass die Drogen Puschels wiederkommen. Ich treff nochmal die Drogen Puschels. Nochmal. Geil. Auf einmal haben die Drogen nachgelassen. Das war ja mega fies gerade. Was soll jetzt Yoshi ohne seine Drogen machen? Wow. Oh. Ja toll. Mein Level mit Drogen. Geil. Ja, Yoshi bleibt ruhig. Bitte. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Mein Herz oder mein... Nochmal rein, bitte, Yoshi. So... Nicht cool. Was habe ich gerade gesagt? Nicht cool. Okay... Wow... Oh, normal. Wow! So, wir haben alle. Und. Wow, uncool. Ja, geil. Bundeschallenge. Cool. Geschahhaft. 86 Punkte. Cool. Sehr schön. Ein Amigo an die Drücke. Oh, nein. Hm. Wow, 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 wow. Okay, Leute. Dann würde ich sagen, wir beenden jetzt den Part. Und wir sehen uns dann im schönen nächsten Part, Leute. Tschüss. 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 Tschüss.